Trotz der teilweise sehr positiven News der letzten Tage kann es der Bitcoin nicht schaffen, nachhaltig über 24.000 Dollar zu steigen. Auch am Freitagnachmittag aktuell kämpft er um diese Marke. Ob er es am Wochenende schaffen wird, wie da die Chancen stehen und welches Risiko wir aktuell noch im Markt sehen, all das im heutigen Video. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute am Freitagnachmittag bzw. für euch Freitagabend gibt es wieder interessanter News rund ums Themengebiet Krypto. Zu Beginn des Videos sprechen wir erstmal über den Bitcoin an sich und hier möglicherweise der Grund, warum Bitcoin tatsächlich in den nächsten Tagen nochmal stärker abgestraft werden könnte bzw. was aktuell das Risiko darstellt. Ebenfalls reden wir allerdings auch über Ethereum, denn aktuell steht tatsächlich ein Termin für den Merch, so wie wir ebenfalls allerdings auch über Tornado Cash noch einmal reden bzw. den Mitbegründer, der jetzt tatsächlich eingebuchtet wurde. Was das für Folgen hat und was das für uns vor allem auch in puncto Dezentralität zu bedeuten hat, schauen wir uns heute alles im Video an. Ich wünsche dir viel Spaß damit, lass gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich an meiner Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank an alle, die tagtäglich supporten. Reden wir gar nicht lange um den heißen Brei, Freunde, sondern springen direkt auf die erste Folie. Wie im Intro schon angesprochen, kämpft der Bitcoin aktuell um die 24.000 US-Dollar-Marke und scheint da nicht wirklich nachhaltig drüber klettern zu können. Zumindest hat er es die letzten Tage immer wieder versucht. Ganze sieben Mal ist er angedockt, ist zeitweise darüber gestiegen, doch schafft es eben nicht wirklich nachhaltig, auf Daily-Ebene über diese Marke zu klettern. Und das, obwohl wir auf der anderen Seite teilweise sehr positive Nachrichten sehen. Erst vor wenigen Tagen, ich meine es war sogar erst gestern, habe ich darüber berichtet, dass der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Billionen US-Dollar jetzt einen eigenen Bitcoin-Spot-Trust ins Leben ruft, wodurch gerade institutionelle Gelder hier in den Markt fließen können. Da hat der Bitcoin zwar Short-Term-Positiv darauf reagiert, genauso wie auf die relativ geringen Inflationszahlen, dennoch haben wir kein nachhaltiges Wachstum gesehen und auch zum aktuellen Zeitpunkt kann er sich nicht wirklich durchsetzen zu können. Dazu schrieb beispielsweise Michael Kramer, der Gründer von ModCapital, Interessanterweise haben wir eine Spitzen-Inflationserzählung gesehen und trotz eines Verfehlens vom CPI und PPI sehen wir jetzt steigende Zinsen. Das könnte eben ein Grund dafür sein, warum vor allem auch der Bitcoin ist momentan relativ schwer hart zu steigen. Ich denke, dass dieser Fakt tatsächlich mit den steigenden Zinsen primär aktuell eher passiv ist, doch definitiv dürfen wir das nicht vergessen. Im Allgemeinen haben wir eben uns gestern angeschaut, wie der Bitcoin zeitweise über diese Widerstandszone geschossen ist, doch wie wir hier sehen, hat er es eben auf Daily-Ebene nicht geschafft, darüber auch die Kurse abzuschließen. Das ist nicht der erste Versuch, den der Bitcoin jetzt versucht, über diese Linie zu klettern, was beispielsweise El Capo of Crypto hier auf Twitter noch einmal dazu veranlasst hat, tatsächlich auch ein bärisches Szenario für den Bitcoin hier einzuzeichnen. Ich sage nicht, dass es so kommt, doch das vor allem sinkende Volumen in den letzten Tagen ist ein klarer Indikator dafür, dass der Bitcoin möglicherweise kurz vor einem weiteren Ausverkauf stehen könnte, beziehungsweise ich möchte es eher eine stärkere Gewinnmitnahme nennen. Aktuell sind nämlich einige Investoren sehr bullisch darauf gesetzt, dass Bitcoin die 28.000, 29.000 Dollar erreicht. Deswegen gibt es unfassbar viel und starken Hebel am Markt. Das heißt, wir müssten gar nicht unbedingt die Ausverkäufe über 16.000 Dollar sehen, um das Target von 16.000 Dollar anzugreifen. Es würde schon reichen, wenn wir große Liquidation sehen, weil die Trader und Investoren vielleicht zu frühzeitig hier tatsächlich auf bullische Kurse gesetzt haben. Ob es wirklich so kommt, weiß man nicht. Aktuell lanciert der Bitcoin ziemlich genau zwischen seiner 200er Weekly Moving Average Linie, die uns hier in den vergangenen Bären-Märkten immer als Unterstützung gedient hat und eben dem Niveau von knapp 24.000 US-Dollar, wo er Stück für Stück versucht, darüber zu steigen. Das könnte jetzt am Wochenende gelingen, denn tendenziell haben wir am Wochenende sowieso geringere Liquidität, dadurch eine stärkere Marktmanipulation. Das könnte natürlich die Marktmanipulateuren dazu verleiten, hier tatsächlich den Bitcoin über die Marke von 24.000 Dollar zu drücken, damit das Vertrauen gerade auch zu Wochenbeginn der nächsten Woche wieder da ist und dann die Kurse nachhaltiger wieder steigen. Das wäre zumindest ein mögliches Szenario, ein etwas entgegengesetztes Szenario zu dem von 16.000 US-Dollar, welches El Carpo of Crypto hier auf Twitter vorgeschlagen hat. Zudem dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass durch die teilweise sehr stark steigenden Kurs in den letzten Wochen auch wieder Bitcoins an die Börsen geschickt wurden. Im Allgemeinen wurden knapp 61.000 Bitcoins an die Börsen geschickt innerhalb der letzten 30 Tage. Das sind fast 1,45 Milliarden US-Dollar, die hier tatsächlich jetzt als zusätzliches tendenzielles Verkaufspotenzial in den Markt geflossen sind, beziehungsweise eben an die Börsen. Dabei dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass wir momentan mega die Ungewissheit haben im Markt. Wir sehen unzählige Unternehmen, die möglicherweise kurz vor oder in der Insolvenz stehen und aufgrund dessen kann es natürlich auch dazu kommen, dass die Leute versuchen, über diese Unternehmen ihre Kryptowährungen auszucash. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Insolvento-Unternehmen natürlich auch leichter beschlagnahmt werden können, so wie wir beispielsweise jetzt auch anhand der indischen Behörden in Bezug auf die Kryptobörse Vault sehen. Die indischen Behörden haben nämlich Kryptowährungen im Wert von 3,7 Milliarden Rupien beziehungsweise 46,4 Millionen US-Dollar eingefroren. Zumindest geht das aus einem Bericht von heute Vormittag hervor. Unter anderem geht aus einer bestätigten Beklärung der Behörden hervor, dass sie davon ausgehen, dass einige Wallets, die mit Vault in Verbindung gebracht werden, tatsächlich Kryptowährungen enthalten oder enthalten haben, die in Verbindung gebracht werden mit räuberischen Tätigkeiten in Bezug auf Kreditpraktiken. Dementsprechend gehen sie davon aus, beziehungsweise sind sie der Meinung und erklärten, dass einige dieser Gelder teilweise transferiert und später ins Ausland geschickt wurden. Dabei geht man zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass das Unternehmen zumindest eben das Ganze durch Lachse-Kontrollen unterstützt hat, also es quasi fahrlässig zugelassen hat. Erst im Juli beantragte der Kryptokreditgeber tatsächlich Insolvenzschutz, kurz nachdem sie die Auszahlung auf der eigenen Plattform gesperrt haben. Die indischen Behörden haben bereits Vermögenswerte von der Börse VaxiaZ eingefroren und das Eigentum ihrer Direktorin untersucht. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Behörden momentan echt wachsam sind, was das Thema Geldwäsche angeht. Unter anderem aufgrund dessen wurde ja auch erst zu Beginn der Woche der Kryptoservice Tornado Cash vom Netz genommen. Nun hat die niederländische Finanzkriminalbehörde, kurz FIDU, am Mittwoch im Amsterdam einen 29-jährigen Mitentwickler bzw. mutmaßlichen Mitentwickler wegen der angeblichen Beteiligung an Geldwäsche durch den Kryptomixer Tornado Cash festgenommen. Man geht also davon aus, dass wenn es sich hierbei um einen Entwickler handelt, dass dieser dann auch gleichzeitig mutmaßlich eben diese Geldwäsche unterstützt hat. Das Team sagte, dass sie bereits ab Juni die Plattform Tornado Cash untersucht haben und die Ermittlungen aktuell von der Staatsanwaltschaft geführt werden. Zudem sagten sie, Mehrfachverhaftungen sind nicht ausgeschlossen und fügen dem Ganzen noch hinzu, dass der männliche Verdächtige bereits einem Richter vorgeführt wird. Anfang der Woche sanktionierten die Vereinigten Staaten ja den Kryptomixer Tornado Cash, der erst 2019 seinen Dienst aufgenommen hat. Seitdem wurden angeblich insgesamt 7 Milliarden US-Dollar gewaschen, auch wenn gewaschen relativ ist. Die 7 Milliarden sind nämlich das Gesamtvolumen, welches über den Mixer gelaufen ist. Natürlich sind die kriminellen Tendenzen recht hoch, wenn man die Herkunftswege hier verschleiern möchte. Doch auch aus Privatgründen kann es sein, dass man eben hier nicht unbedingt möchte, dass andere wissen, woher das Geld kommt. Das kann unter anderem dadurch kommen, wenn man gerne anonym spenden möchte. Auch das muss keinen negativen bzw. kriminellen Hintergrund haben. Wie bereits gesagt, durch diesen Mixer wird vor allem die Anonymität gewährt. Nachdem der Ethereum-Knotenbetreiber Inferior den Stecker bei Tornado Cash gezogen hat, wurde die Seite auch relativ dunkel bzw. vor allem für herkömmliche Retail-Investoren eigentlich unbrauchbar und nicht mehr erreichbar. Das Protokoll und die Benutzeroberfläche von Tornado Cash sind Open Source, was bedeutet, dass jeder etwas zu diesem Code beitragen kann. Besonders das ist ein wichtiger Aspekt, den man hierbei beachten muss, dass eben ein Open Source-Protokoll über Jahre lief und jetzt auf einmal die Kriminalbehörden um die Ecke kommen und die Entwickler hier festnehmen. Zudem wurden auch die meisten Adressen, die mit Tornado Cash in Verbindung gebracht werden, eingefroren. Zumindest reden wir hier unter anderem von den USDC-Tokens. Diese werden ja vom Unternehmen Circle herausgegeben, welches das Recht bzw. die Möglichkeit hat, diese Crypto-Tokens tatsächlich einzufrieren. Und das auf Blockchain-Ebene eine Sache, die sich viele Leute lange Zeit eben gar nicht klar gemacht haben. Denn Circle kann tatsächlich verhindern, dass du aus deiner Wallet USDC-Tokens verwenden kannst. Das ist für uns Retail-Investoren vielleicht jetzt gar nicht so interessant, hat allerdings wirklich einen maßgeblichen Einfluss auf den gesamten Krypto- und DeFi-Markt. Zwar wurden in erster Instanz mehr oder weniger nur 35 Ethereum-Adressen hier tatsächlich auf die schwarze Liste gesetzt und insgesamt 70.000 US-Dollar eingefroren, doch die Tendenz bzw. Möglichkeiten sind natürlich deutlich größer. Damit hat das Finanzministerium vor allem den ersten großen Schritt gewagt, dass auch weitere sanktionierte Protokolle möglicherweise durch solche Maßnahmen ziemlich unter Druck geraten können. Unter anderem aufgrund dessen hat der Mitbegründer des DAO-Protokolls, Rune Christensen, auf dem Discord tatsächlich die Möglichkeit geäußert, all ihre USDC-Tokens in ETH umzuwandeln. Das klingt in erster Instanz jetzt ein bisschen verrückt. An dieser Stelle möchte ich einfach mal ganz kurz darüber sprechen, warum das Ganze hier so wichtig und interessant ist. Also Punkt Nummer 1. Wir haben jetzt gelernt, USDC, und das war im Vorfeld schon klar, doch man wusste eben nicht, dass die sich so der Behörden fügen werden. USDC ist massiv manipulierbar. USDC ist angreifbar und kann eingefroren werden, wenn die Behörden hier tatsächlich Sanktionen starten. Das ist in dieser Instanz jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, doch kann natürlich in gewissen DeFi-Protokollen zu erheblichen Problemen führen. Unter anderem hat hier MakerDAO beispielsweise den eigenen DAI-Stablecoin rausgebracht, beziehungsweise unterstützen sie ihn. Der DAI-Stablecoin ist ein Stablecoin, logischerweise, der mit übersicherten Produkten beziehungsweise Kryptowährungen abgesichert ist. Das heißt, du gibst hier einen Großteil an Ethereum hin, beispielsweise Ethereum im Wert von 10.000 Dollar und kriegst dafür DAI-Tokens im Wert von 1.000 Dollar. Das Ganze ist eine Überbesicherung. Dadurch geht man eben den sicheren Weg, dass auch wenn Ether abstürzt, trotzdem der DAI-Stablecoin weiterhin besichert ist und wir nicht dasselbe Probleme haben wie beispielsweise im Terra-Ökosystem. Das Ganze kann natürlich bei massiven Kurzschwankungen auch zu einem Deep-Hacking führen. Aufgrund dessen gibt es unter anderem noch den USDC-Stablecoin, der ebenfalls mit als in Anführungsstrichen Collateral ermöglicht wurde. Dementsprechend konnte man auch USDC gegen DAI tauschen beziehungsweise hier tatsächlich sogar vom Arbitrage profitieren, wie ich euch gleich einmal beschreiben möchte. Im offiziellen Discord-Kanal von MakerDAO sagte Chris Sensen vor allem, dass die Folgen der Tornado-Cash-Sanktionen zunächst schwerwiegender als gedacht seien. Auch wenn es DAI höchstwahrscheinlich vom USD-Dollar abkoppeln würde, überlegte er eben die Reserven in USDC jetzt in ETH umzutauschen. Er hat das Ganze hier YOLO-USDC in ETH genannt, um eben sich vom USDC-Token zu lösen, um eben diese verdammt zentrale Instanz aus dem Protokoll zu entfernen. Hierzu sagt er unter anderem, der Markt könnte endlich anfangen, Dezentralisierung bis zu dem Punkt zu belohnen, an dem diese Risiken akzeptabel sind, weil USDC nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es einmal war. Bei DAI handelt es sich mittlerweile um den weltweit viertgrößten Stablecoin mit einer Market Cap von ca. 7,6 Milliarden US-Dollar. Entscheidungen über das Protokoll werden nicht von einzelnen Instanzen getroffen, so wie beispielsweise bei Circle oder bei Tether, wo einzelne Unternehmen dahinter stehen. Die Entscheidungen werden hier in dieser DAO einer dezentralen autonomen Organisation vor allem von der gesamten Community betroffen, die hier mit Anteilsbeteiligung abstimmen können. Dabei ist der Dollarwert von DAI inspiriert vom allseits bekannten Price Stability Pack, kurz PSG. Dabei erfordert das Prägen von DAI, so wie eben schon angesprochen, normalerweise eine Überbesicherung, vor allem wenn man hier mit volatilen Assets sich DAI mitten möchte. Auf der anderen Seite ermöglicht das PSG allerdings auch USDC-Inhabern, einen DAI für jeden einzelnen eingezahlten USDC zu prägen, was eine lukrative Abitragemöglichkeit bietet, wenn der DAI über 1 Dollar steigt. Unter anderem aufgrund dessen schafft man es eben, dieses De-Pagging zu verhindern und kann eben über diesen Abitrage, beziehungsweise können eben einige Market Maker, durch diesen Abitragehandel davon profitieren und halten somit den 1 US-Dollar Wert bei Stange. Als Circle jetzt eben signalisierte, dass sie sich den Sanktionen der Vereinigten Staaten beugen würde, hat das nach Angaben des Kryptoforschers Mika und Casalo von Blockworks einen hypothetischen Angriffsfaktor eröffnet. Hierzu behauptet er, wenn dieser bestimmte USDC jemals auf der Sanktionsliste steht, ist der Wert dieses USDC 0. Faktisch ist das so, wenn du deine Kryptowährungen bzw. deine Stablecoins nicht mehr erreichen kannst, dann sind sie in der Theorie quasi nichts mehr wert. Ich nehme an, es gibt einen Marktpreis dafür, aber theoretisch ist der Preis sehr niedrig, sodass sie einen Großteil ihrer Sicherheit verlieren. Hierbei spricht er selbstverständlich über die Reserven von MakerDAO bzw. über die Reserven des DAI Stablecoins. Aktuell wird er knapp 32% von USDC unterstützt. Sollten jetzt tatsächlich die USDC Reserven eingefroren werden, dann würde eben auch ein Teil der Sicherheit von DAI wegfallen und wiederum auch die Stabilität bzw. die wirkliche Absicherung des Stablecoins. Auf der anderen Seite ist es allerdings auch Fakt, dass wenn man sich von USDC trennt, dass dann der Sicherheitsfaktor bzw. der Stabilitätsbindungsmechanismus dadurch auch abgeschafft wird. Dadurch würde der DAI früher oder später wahrscheinlich ein Deephacking erleben, auch wenn das erstmal nach oben gehen würde. Dennoch würde es höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass der DAI Stablecoin eben nicht mehr so stabil ist. Dabei geht der MakerDAO-CEO allerdings noch einen Schritt weiter und spricht hier vor allem über Risiken in der gesamten DeFi-Branche, denn seiner Meinung nach unterliegt jedes Protokoll, welches USDC enthält, die theoretische Kontrolle der US-Regierung, was wir vor allem in den letzten Tagen gesehen haben. Das ist dementsprechend dann nicht mehr nur noch ein Problem für MakerDAO, sondern auch für jedes DeFi-Protokoll, welches USDC verwendet. Was ist, wenn der USDC-Smart-Contract eines automatisierten Market Makers, das ist eigentlich der Markt, auf der Sanktionsliste landet. Also wenn hier ein Großteil des Marktes, eben welches von USDC hier bestimmt wird, tatsächlich auf der Sanktionsliste landet und nicht mehr bewegt werden kann, dann würde quasi ein Teil der Assets von einer dezentralen Plattform komplett eingefroren werden und das zeigt uns wiederum, dass DeFi vielleicht doch gar nicht so dezentral ist, wie zu Beginn angedacht. Auch Vitali Buterin meldet sich zu Wort, vor allem in Bezug darauf, ob man vielleicht YOLO, den Stablecoin bzw. die USDC-Tokens des DAI-besicherten Stablecoins hier in ETH umtauschen sollte. Er sagte dazu wortwörtlich, das erscheint eine riskante und schreckliche Idee zu sein. Wenn ETH stark fällt, würde der Wert der Sicherheiten stark sinken, aber die CDPs würden nicht liquidiert, sodass das gesamte System riskieren würde, zu einer Teilreserve zu werden. Dementsprechend am Ende des Tages eigentlich nichts anderes, als was wir im Terra Luna Ökosystem gesehen haben. Vielleicht nicht ganz so katastrophal, doch es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Schreibt mir super gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das ist definitiv ein extrem kritischer Faktor, denn USDC ist eben der weltweit zweitgrößte Stablecoin. Auch bei Tether sind meiner Meinung nach die gleichen Möglichkeiten gegeben. Soweit ich weiß, kann auch Tether USDT-Tokens einfrieren, was natürlich am Ende des Tages denselben Effekt auf die Protokolle hätte. Ob es dafür eine Möglichkeit gibt? Ja, eigentlich nur durch algorithmische bzw. durch dezentrale Stablecoins, wie man das allerdings komplett dezentral aufbauen kann, das steht aktuell noch in den Sternen. Zudem darf man natürlich auch nicht vergessen, dass all diese Protokolle nur relativ dezentral sind, denn auch MakerDAO hat beispielsweise einen CEO. Natürlich werden die Entscheidungen vom Netzwerk getroffen und der CEO kann hier nicht alleine irgendwas am Protokoll ändern, dennoch ist er ein wichtiger Player. Und wenn die US-Regierung beispielsweise sagt, Dezentralität ist verboten, das wollen wir nicht, ja, dann könnte das natürlich auch einen weiteren kritischen Punkt mit reinbringen, denn auch wenn ein solches Protokoll weitestgehend dezentral ist, ist es eben nicht komplett dezentral. Was vor allem als kritische Anbetracht wird, ist die Dezentralität von Ethereum nach dem Merch. Aufgrund dessen kommen wir jetzt mal aufs nächste Thema zu sprechen, nämlich auf den Merch in Bezug auf Ethereum 2.0, beziehungsweise, ja, eigentlich genau die Thematik, über die wir die letzten Tage gesprochen haben. Vitali Buterin selber meldete sich nämlich höchstpersönlich auf Twitter erst gestern und sagte, dass tatsächlich eine Zeit gesetzt wurde, wann wir den Merch hier sehen werden. Aktuell wurde er so in die Chain reingeschrieben, dass er ca. am 15. September zu erwarten ist, also in knapp einem Monat. Hierzu schreibt er allerdings kein Jahr. Ich hoffe mal, er meint damit 2022. Zudem sehen wir vor allem, dass das Interesse an ETH in den letzten Tagen wieder stärker gewachsen zu sein scheint. Dementsprechend sehen wir vor allem auch große Wahltransaktionen, die auf der einen Seite das institutionelle Interesse repräsentieren könnten, auf der anderen Seite allerdings vor allem auch für Marktmanipulationen sorgen könnten. So sehen wir vor allem, wenn man nach dem Marktforschungsunternehmen Sentiment geht, dass vor allem Großinvestoren beziehungsweise Wallets mit 200.000 US-Dollar oder mehr große Bewegungen getätigt haben. Diese Wahltransaktionen deuten vor allem darauf hin, dass Großinvestoren am Werk sind. Auf der einen Seite können sie den Markt massiv manipulieren, auf der anderen Seite kann es eben auch das Interesse zeigen. Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass auch das institutionelle Interesse in den letzten Wochen und Monaten wieder stark zurückgekehrt ist. Ich habe darüber laufend berichtet. Somit kommen wir zu guter Letzt nochmal eben auf einige Plattformen zu sprechen. Unter anderem beispielsweise über das DeFi-Protokoll Curve Finance, über welches ich erst vor zwei Tagen berichtet hatte. Aus dem Protokoll wurden tatsächlich 570.000 US-Dollar entzogen und das in Bezug auf einen doch eigentlich relativ schlau gemachten Hack. Tatsächlich hat jetzt die Kryptobörse Binance 450.000 US-Dollar einfrieren beziehungsweise wiedererlangen können, die eben im Hack hier entwendet wurden. Das zeigt noch einmal, dass selbst wenn man hier als Hacker erfolgreich ist, man es eben schwierig hat, diese Gelder auszuzahlen, vor allem wenn solche Dienste wie Tornado Cash eben nicht mehr funktionieren. Das Geld soll laut Binance-Chef CZ tatsächlich auch an das Protokoll zurückgezahlt werden. Hier war das Protokoll definitiv nochmal Glück gehabt. Wer auch mehr oder weniger Glück hat, das ist nach Bloomberg der CEO beziehungsweise Gründer der Hubiglobe. Hubiglobe ist tatsächlich mittlerweile der zweitgrößten Kryptohandelsplattform geworden. Wie der Gründer nun offiziell bekannt gegeben hat, überlegte eine Mehrheitsbeteiligung der Kryptoplattformen und zwar im Wert von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Personen, die ihnen nahestehen und Interesse daran hätten, wären zum einen, wer hätte es gedacht, FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, aber auch beispielsweise der Tron-Gründer Justin Sun. Beide scheinen Interesse daran zu haben, eine Mehrheitsbeteiligung an der Plattform zu ergattern. Insgesamt reden wir hier von etwa 60% Unternehmensanteile. Dieser potenzielle Deal könnte dem Hubiglobe-Gründer mehr als 1 Milliarden US-Dollar Cash einbringen. Das wäre der größte Deal in der gesamten Krypto-Industrie und würde natürlich den Mann hier ziemlich vermögend machen, auch wenn das wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt schon ist. Diese Gespräche bzw. Gerüchte bestehen auch schon seit einigen Wochen, doch wurden vor allem erst vorhin ein weiteres Mal bestätigt. Wo Blockchain schrieb bereits vor ein, zwei Wochen dazu, mit einem Gewinn von mehr als 1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist Hubig nach Binance im letzten Jahr eben möglicherweise die profitabelste Börse der Welt und hält viele Compliance-Lizenzen. Aber wenn der Markt am Boden ist, kann es schwierig sein, einen höheren Wert zu verkaufen. Dementsprechend sind die Markt-Conditions natürlich aktuell nicht optimal, doch wenn am Ende tatsächlich 1 Milliarden US-Dollar dabei rumkommen, wäre es auf jeden Fall ein Verkauf wert, wenn man nicht mehr so das Interesse daran hat. Davor wir gerade beim potenziellen Käufer, dem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried sind, so bleiben wir gleich bei ihm bzw. bei seiner Plattform. Sie hat nämlich jetzt eine Kooperation mit der Liquiditätsplattform Paradigm geschlossen, um den Spread-Handel zu starten und es Benutzern zu ermöglichen, Preisverschiebungen mit der sogenannten Cash-and-Carry-Funktion zu nutzen. Hier behandelt es sich um den Spread-Handel, also Spread-Trades, die am Ende des Tages nichts anderes als eine Art Arbitrage-Handel sind. Dieser nutzt Marktschwankungen aus und ist auch zu aktuell sehr bärisch marktfassen hoch profitabel. Paradigm-Nutzer können dann in Zukunft den Spread zwischen Spot, Perpetual und Finanzinstrumenten über FTX auf Bitcoin, Ether, Solana, Avalanche, Apecoin, Dogecoin, Chainlink und Litecoin handeln, so wie das Unternehmen erst vorhin einmal mitteilt. Insgesamt ist das Ganze halt eben sehr profitabel. Paradigm hat zudem mehr als 1.000 institutionelle Kunden. Dazu gehören echt die großen Player, also Hedgefonds, außerbörsliche Schalter, Kredite, Emitteten, strukturierte Produkte, Market Maker und Family Offices, die insgesamt knapp 10 Milliarden US-Dollar pro Monat handeln. Die Unternehmen wurden jetzt nicht voneinander aufgekauft, sondern arbeiten in Zukunft zusammen, um auch gemeinsam neue Produkte zu entwickeln. Wir sehen also, dass während der bärischen Marktphase aktuell vor allem im Hintergrund eine Menge passiert. Viele große Plattformen breiten sich vor bzw. stocken gerade auf, während andere auf der anderen Seite das Handtuch schmeißen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Werde euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, gerade auch in Bezug auf Ethereum und Ethereum 2.0 bzw. den tendenziell angesetzten Merch. Ob dieser noch einmal verschoben wird oder wirklich am 15. September dann zu eintreffen wird, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Falls es allerdings so kommt, dann sind es knapp nur noch vier Wochen, bis wir hier tatsächlich das größte Event auf Blockchain-Ebene überhaupt sehen. Ich bin gespannt, hoffe das Ganze geht gut, auch wenn ich davon ausgehe, dass wir entweder kurz zuvor oder kurz danach nochmal einen relativ stark abfallenden Kurs sehen. Dennoch bin ich natürlich excited, freue mich auf das Event. Ich würde heute allerdings erstmal das Video beenden. Ich wünsche euch noch einen spannenden Freitagabend. Genießt das Wochenende und ansonsten sehen wir uns morgen im Q&A in alter Frische wieder. Checkt gerne mein Instagram aus, dort könnt ihr aktuell eure Fragen einreichen, die ich dann morgen im Q&A beantworte. Vielen Dank an alle, die Fragen einsehen. Bis morgen. Ciao, Freunde.